Mario ist der wohl beliebteste und bekannteste Klempner aller Zeiten. Und das auch eigentlich völlig zu Recht. Mit mehreren hundert Spielen ist er der wohl bekannteste Videospielcharakter aller Zeiten. Aber was sind eigentlich die besten Mario-Spiele? Nun, meine Meinung habe ich euch schon vor einigen Jahren genannt. Aber jetzt seid ihr gefragt. Vor wenigen Monaten habe ich euch schon nach euren Lieblings-Kanto-Pokémon gefragt und da euch das so gut gefallen hat, machen wir heute etwas ähnliches. Eine Top 10 Liste über eure Lieblings-Mario-Spiele. Um abzustimmen, braucht ihr einfach nur auf den Link in der Beschreibung klicken, eure Lieblings-Mario-Spiele auswählen und dann eure Auswahl versenden. Dafür habt ihr genau 7 Tage Zeit. Danach werden dann die Ergebnisse von mir ausgewertet und ich präsentiere sie euch dann einige Zeit später in einem Video. Als kleiner Tipp, ihr könnt maximal 10 Spiele auswählen und nicht nur eins. Zusätzlich sollte noch dazu gesagt werden, dass es mittlerweile echt viele Mario-Spiele gibt. Daher habe ich die wirklich sehr unbekannten Spiele einfach mal aus der Liste rausgelassen, da sie eh so gut wie niemand wählen würde. Die bekannteren Spiele sind aber auf jeden Fall alle da. Aber gut, ich hoffe, ihr nutzt diese Möglichkeit, um für eure Lieblings-Mario-Spiele abzustimmen. Das Video wird dann in etwa einem Monat hochgeladen werden, sobald alles ausgewertet wurde. Und jetzt erstmal viel Spaß beim Abstimmen und bis zum nächsten Mal!